So, erstmal zeig ich euch noch das, was Haptic mir geschickt hat. Das kannst du ja nicht ausdecken, übrigens. Okay, seid ihr ready? Ich kann das alles nicht mehr. Du schützt deine Augen perfekt. Pro UV-A und UV-B-Straff. Transparente Premium-Linsen mit entspieglierter Spezialbeschicht. Extra gehärtete Linsen mit erhöhtem Kratzschutz. Komfortables, ultralechtes Prägenzustellen. Stylish und Fahnenverlauf. Führende Präzision. Am Metschon. Die Magila. My Haptic. Das was denn für alle, die viel Zeit vor dem Monitor verbringen. Dieses Video geht an wenige ausgewählte Creator. Vielen Dank, dass ihr überhaupt das Paket aufmacht und nicht irgendwo in der Ecke liegen lasst, weil ihr absolut faule Schweine seid. In dieser Box befindet sich meine eigene Bildschirmbrille in Zusammenarbeit mit Captain & Son. Sie schützt eure Augen vor blauem Licht, wenn ihr am Monitor arbeitet, wenn ihr viel zockt, wenn ihr am Handy seid. Und ich finde, ihr seht auch damit besser aus, was sehr viele von euch sehr nötig haben. Ich habe das Ganze nur an 15 Creator-Kollegen geschickt und ich habe euch eigentlich ausgesucht nach Skill, also die, die es am nötigsten hatten, die Augen zu schonen, um besser zu werden. Die haben die Brille bekommen und das seid ihr. Also herzlichen Glückwunsch. Ich kann das nicht mehr. Das hat viel zu lang gedauert. Nein, mein Tisch ist kaputt. Wie kann man so ein Idiot sein? Ich hoffe, sie gefällt euch, glaube ich. Wir haben wirklich lang dran gearbeitet. Viel Spaß damit. Also das kannst du dir nicht ausdenken, oder? Also wie geil ist das gemacht? Also das ist wirklich, das ist wirklich insane, ey. Vor allem noch mit dem LED und so und da lagen beide Brillen drin. Ist wirklich richtig geil.